Das ist im Hollandisch Achterfleurung. 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 Das ist im Hollandisch Achterfleurung. Turbo? Nicht. Alter, was zur Hölle ist aus, Bufour? Riechhörs nochmal an. Ich würde vermuten, dass der Nils damit einen Kabelbinder meint. Vielleicht irgendein Käse oder so. Bremsscheibe, Bremsen? Ich habe keine Ahnung. Dreieckslenker oder sowas? Das nächste Wort im Hollandisch ist Banden. Banden. Hört sich an wie Banden. Banden. Da würde ich einfach mal vermuten, dass der Nils damit die Leitplanken meint auf der Rennstrecke. Boden wäre wahrscheinlich zu einfach übersetzt. Schneller. Das nächste Wort im Hollandisch ist Banden. Oh Gott. Das nächste Wort im Hollandisch ist Versnellingsbak. Geil. Verschnellingsbak. Alter Schwede. Ich habe keine Ahnung. Verschnellings? Schnellverschluss? Schaltwippe. Ja, woher soll man das wissen? Woher soll man das wissen? Ich weiß nicht, ob irgendwas mit dem Schließen... Es ist ja wirklich wild. Es ist ja auch coole Ideen, ja. Ja, da meint der liebe Nils das Getriebe in unserem Rennauto. Das heißt Getriebe. Verschnellingsbak, das ist doch einfach. Was für ein Auto? Auto. Okay, Rennauto. Okay, das schaffen wir. Rennauto. Rennauto? Ja. Rays Auto. Ein Rennwagen. Zeitstraff. Ganz ehrlich, von dir fragst du mich, warum ich ihn nicht mache. Ist er besoffen? Es ist was Technisches. Der hat doch zu viel von seinem Käse gegessen. Von seinem Sponsor. Jetzt fällt mir das Wort ein. Also... Hat Lokale beantwortet? Wahrscheinlich nicht so blöd für sowas. Zeitstraffe? Ja. Ich darf so keine blonden Leid nehmen für solche Sachen, gell? Hetz! Eine Zeitstraffe! Ah! Zeitstraffe! Alter Schwede! Oh mein Gott! Der hat definitiv zu viel Käse gegessen. Nils, da muss ich dir sagen, da muss ich passen. Ich verstehe kein Wort. Ich bin raus. Ciao, ciao!